Heute bei ElektroBad haben wir besonderen Besuch, unter anderem Timo Leukefeld, einer der Experten in Deutschland und Europa für das Thema Energieautarkes Bauen und Sanieren. Es geht darum, dass wir in Riese ein ganz tolles Gebäude sanieren wollen. Und was da unter anderem passieren soll, Herr Leukefeld, vielleicht ein paar Sätze dazu. Dieses Gebäude soll hochgradig energieautark werden mit Photovoltaik, Infrarotheizung und Autarkieboiler einer Batterie und soll dann in die Pauschalmiete mit Energieplatz geführt werden. Das heißt, die Mieter zahlen einen garantierten Mietbetrag für mehrere Jahre, in dem alle Kosten für Wohnen, Wärme, Strom und in Zukunft sogar noch Elektromobilität mit enthalten sind. Also ein ganz klasse Projekt und damit das ordentlich wird, brauchen wir natürlich die Kollegen von Architektur und dem Design mit dazu. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Ganz prima Geschichte. Wir werden an Riesa was ganz Besonderes kreieren. Wir berichten.